Norddeutscher Rundfunk 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 Und wenn wir im Auslandseinsatz fliegen, haben wir noch dreimal gesetzt und mehr, die sogenannten Bord-Sicherungssoldaten oder im Fahrt schon auch Vorgänger genannt, die dann mit drei Schweren verschwunden werden, zwei auf der Seite, links, rechts und eins hinten auf der Ampeland für den möglichen Schutzer. Na ja, dieser Kreuzer von Apfelgebiet, Sie haben das vorhin vielleicht schon gesehen, bei der Reichsverteidigung, Sie haben also die Einwandanssatz vor allem, also den Lufttransport zur Vernehmung, Luft und Wichtigkeit von Soldaten und Material, Hilfe, Fliesweizwalt und Wichtigkeit, so im Tageslichtbetrieb so circa von 250 Minuten. Wir haben uns schon erzählt, wie der Wiesbacher stationiert ist, also die ganzen CH53-Suchtfahrzeuge sind ein H1 G64, aber es macht einfach Spaß. Also ich glaube, es gibt keine Achterbahn wie dieser. Wir haben also einen kleinen Hubschrauber über seine Wendigkeit besprochen, von der Agilie. Aber ehrlich gesagt, diese Maschine macht für mich auch einen ganz schick-demensigen, fixen Eindruck. Das ist richtig, kurz hier, aber eine Runde schliegen, da reden wir ein bisschen drüber, denn man wird uns kaum verstehen können, wenn er hier die Wendigkeit holt. Hier kommt der, der Eurofighter! 16 Meter lang, Spannweite 11 Meter, von Schiedenkanner macht 2,3, was etwa 2.400 km anspricht. Also ich habe es zu wissen, wenn ich es jetzt bellen kann. Was gibt es für mich über und kein Pfeil hier? Ja, wir sind noch ein paar معeliche, was noch ein paar Minuten geben. Ich stelle den ganzen Tag, aber wir wollen so viel Zeit für mich, dass wichtig ist. Das ist der Voraus 304. . Ein Geflogen von CH-53 Die Klappe aufgemacht wird, die Ladelube hinten und wie gleich die Last abgesetzt wird. Genau, das Video läuft gerade, das läuft auch ganz gut. Der Bremsfallschirm und die Last am Fallschirm. Ein wunderbares Spiel der Physik. Ein Geflogen von CH auf das Fahrzeug zusteuern, um zu versuchen, das Fahrzeug abzudrängen oder zum Halten zu überreden. Und das war so auszudrücken. Das heißt, der leichte Unterstützungssuchfahrer wird jetzt versuchen, mit Kreisen um das Fahrzeug herum, und mit deutlichen Bewegungen des Piloten oder Co-Piloten, wer das hier denn machen kann, versuchen das Fahrzeug aufzuhalten, was sich jetzt auf links im Bild sieht. Während der gesamten Zeit hat der Tiger alle beide auf dem Schirm, um zur Not eingreifen zu können, sollte hier die Lage eskalieren. Er sieht jetzt zumindest von meiner Wartung so aus, als würde die Pick-Up das nicht sonderlich interessiert. Jetzt müssen wir gleich mal schauen. Die finale Eskalationsstufe des Vortex-Manövers ist folgendes. Der leichte Unterstützungsschrauber wird schraubt vor, hier ist wieder mehr als kein Gehauses möglich, hier ist die Hubschrauber. Ja, aber wenn Sie von dem Wartung so aus, haben Sie vielleicht sehr viele Hubschrauber gesehen, und nur weil er um sie rumkreist, ist sie auch gleich gesehen, dass Sie vielleicht die Leute, dass sie anhalten sollen. Deswegen haben wir hier die nächste Eskalationsstufe erreicht, der Plik-Up-Näkling an. Also lassen wir unsere Einkaufsdruck raus, die deutlich sichtbar militärisch und berachtet ist. Und wir werden es gleich sehen, Sie werden als allerletztes einsteigen, in die Richtung des Kriegsabschrauber, wo sich in der Landschaft, wo man auch in der Hubschrauber sieht, dass das eine deutlich sichtbar ist, um das Kriegsabschrauber nicht weiter fortzubauen. Und ein ganz wichtiger Punkt, es wird also in keinem Fall, ich sage es mal ganz verlobt, drauf losgeballert, sondern es geht ja auch darum, in solchen Gebieten, in solchen Lage zu bequieten, es geht darum, auch möglicherweise die Herzen, die Herzen der Einwohner zu gewinnen. Und man muss sich immer davon ausgehen, dass in jedem Fall ein feindlicher Axt, ein feindlicher Abschluss dahinter steigt. Ganz genau. Ja, ganz genau. In erster Linie ist es ein riesiges Lieferung von Deutschen Roten Kreuz und auch sonstigen Nichtregierungsorganisationen, die schutzlos fahren. Wir haben allerdings den Schutzauftrag, deswegen werden wir das sowohl aus der Luft, als auch am Boden gewährleisten. So werden wir das Eingriffen dieses Kreuz waren, haben wir Frankreich-Kreuz-Geliebenheit. Das sind Situationen, die Sie, Konstantin, auch tatsächlich im Einsatz mehrfach erlebt haben. Ja, also das stimmt, grundsätzlich war ich zweimal im Einsatz. Selber den scharfen Einsatz hatte ich, jetzt mag man glücklicherweise sagen, nicht an der Hand, aber viele Teilnehmer dieses Regimentes hier waren besonders im letzten Wagen, also das sind wir in den letzten zwei Jahren. Das ist der Fahrzeuger des 135 Kanon, der Kinnjahr. Die Weisung MH90. Die Rosinenformer, die heute zurückgekehrt sind nach Fassberg. Die Rosinenformer werden dann Fassberg wieder verlassen. Und auch das ein wahrscheinlich nie wiederkehrendes Bild, das Sie hier erleben können. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Es geht los. Die Rosinenformer werden dann noch hören und wenigstens sagen, wenn die Maschine dann wieder nach Hause fliegt. Ich sage schon mal Dankeschön für Ihr Interesse. Sie können sich bitte gerne weiter umschauen. Doch ist der Tag der Bundeswehr nicht ganz zu Ende. Und schaut nicht weiter um, kommen Sie weiter ins Gespräch. Und schauen Sie vor allem über diese fantastischen Maschinen. Was immer das Wetter ist, wo Sie nach Fassberg sind. Das Beste wäre, jetzt bei diesem schönen Wetter und diesem Bild der DC-3s, bleiben Sie einfach noch ein bisschen. Genießen Sie einfach noch diesen schönen Sommerabend in Fassberg. Und lassen Sie sich noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld mit dem Weg zurück. Denn wie gesagt, im Moment ist es sehr voll auf den Straßen. Und bevor Sie da im Stau stehen, trinken Sie einfach lieber noch eine Cola. Und wenn Sie da im Stau stehen, trinken Sie einfach noch ein bisschen, trinken Sie einfach noch ein bisschen. Und wenn Sie da im Stau stehen, trinken Sie einfach noch ein bisschen, trinken Sie einfach noch ein bisschen.